Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über meinen Tinnitus sprechen. Viele von euch, die mir lange folgen, wissen, dass ich einen Tinnitus habe, der manchmal sehr, sehr unangenehm ist, der mir oft zu schaffen macht. Wenn euch interessiert, wie genau das vonstatten geht, guckt mal, wo ist mein Tinnitus? Ich habe schon öfters darüber berichtet, wie es mir dabei ging. Und das war unter Umständen manchmal gar nicht so einfach, das überhaupt auszuhalten. Zuerst einmal erkläre ich, was genau ich habe, welche Symptome das waren und wie ich es geschafft habe, Iso ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und let's go! Ja, also viele von euch, die mir lange folgen, wissen, dass mein Tinnitus ein pulsierender Tinnitus ist, was so viel bedeutet, dass ich mein Ohrgeräusch synchron mit meinem Pulsschlag höre. Und das kann sich unter Umständen in verschiedenen Lautstärken bemerkbar machen. Manchmal ist es lauter zu hören, manchmal ist es ein bisschen leiser, manchmal höre ich ihn auch gar nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch im Unterschied zu sehen zu dem normalen Tinnitus, der ja eigentlich ständig im Ohr zu hören ist. Denn bei uns gibt es unter Umständen, ich bin kein Arzt und ich kenne mich natürlich auch hier fachspezifisch nicht so aus. Soweit ich aber weiß, ist der normale Tinnitus im Unterschied zu betrachten zu dem pulsierenden Tinnitus. Im Grunde genommen sind es aber beides sehr unangenehme Geräusche, die einen wirklich wahnsinnig machen können. Jeder, der einen Tinnitus hat, ob pulsierend oder durchgängig normal, weiß, dass man teilweise wirklich verzweifelt und sich denkt, was kann ich nur machen? Also ich hatte beides schon mal. Ich hatte einen normalen Tinnitus. Jetzt werdet ihr sagen, wieso hattet, der ist doch das ganze Leben lang. Ja, ich werde gleich mal ein bisschen darauf eingehen. Wie gesagt, ich habe schon öfters Video dazu gemacht. Aber ich finde, es ist immer sehr interessant, auch mal so ein Update wieder zu hören. Wie verändert sich das Ganze? Wird es schlimmer? Wird es besser? Was hat eventuell geholfen? Was kann man da ein bisschen auch gegen tun? Das ist, finde ich, immer sehr interessant, sich solche Reportagen, wie ich meine Anführungsstriche setzen, anzuhören. Und deswegen mache ich immer wieder Updates zu dem Ganzen. Also ich hatte vor, erst lass es mal so acht, neun Jahre sein, am Silvesterabend einen Tinnitus bekommen. Und zwar war die Knallerei so laut und meine Kittis haben mich gezwungen, nach draußen zu gehen, obwohl ich Silvester wirklich hasse. Ich hasse diese Knallerei und dieses Rumoren und das Laute am Silvesterabend. Aber meine Kinder haben mich gezwungen, ich sollte raus. Meine Enkelin war auch dabei und ich bin dann rausgegangen mit ihr und habe mich eine ganze Zeit draußen aufgehalten. Ich habe so ein bisschen mal ein Tier im Wald. Wir können ja aber auch weitergehen, dann können wir uns ein bisschen im Gehen unterhalten. Und ich bin rausgegangen und ich merkte schon in der Nacht, als ich mich mit ihr hingelegt hatte, sie schlief zu dem Zeitpunkt immer in meinem Bett neben mir, dass ich ein Ohrgeräusch habe. Und zwar so unangenehm laut, durchgängig ein Piepsen, ein sehr lautes, quietschendes, glockenartiges Geräusch. Also es war durchgängig, es hörte nicht auf. Im Gegenteil, es wurde schlimmer, je ruhiger die Umgebung wurde. Und als wir im Bett lagen, klar Silvester, knallte es ja immer noch. Also es war so, dass ich dachte, okay, das hört auf. Es ist wie so ein Ohrgeräusch, was man ja ab und zu immer hat und was wieder weggeht, nur noch lauter und unangenehmer. Und vor allen Dingen geht es nicht weg. Es hört nicht auf. Jeder kennt es, glaube ich, wenn man mal sowas hatte, dann denkt man sich, oh Gott, das hört hoffentlich gleich wieder auf. Das haben wir ja alle mal. Das dann auf einmal macht. Genau so hört sich das an. Aber noch viel knallender und viel glockenartiger noch. Und auch, ich gefühlt auch in dieser Lautstärke, ja. Und ich habe immer gehofft, ich habe gebetet, bitte, bitte, lieber Gott, lass das aufhören, weil es war so nervig. Ich konnte mich nicht erholen, ich konnte nicht schlafen, bin sowieso immer sehr kaputt abends, weil ich ja auch als Mama von einer Großfamilie und der Oma sehr viel zu tun habe den ganzen Tag. Und gerade Silvester ist bei uns sehr anstrengend. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, wenn das nicht aufhört, dann kannst du dich ja nie wieder ausruhen, ja. Die schlimmsten Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen, weil so etwas ist so erschreckend, ein solches Ohrgeräusch zu haben, was nicht wieder weggeht. Und der nächste Morgen kam, es war ein Feiertag natürlich, das war der 1. Januar, ich konnte nicht zum Arzt, klar. Ich hätte zum Notarzt gehen können, aber wisst ihr, Silvester in der Notaufnahme, Moment, hab ein Haar im Mund. Ja, das müsst ihr bei mir alles miterleben, da kenne ich ja kein Pardon. Silvester und Neujahr in der Notaufnahme, also das möchtest du auch nicht haben. Und insofern habe ich mich zurückgehalten, habe gedacht, nein, das machst du nicht. Und ich habe das tatsächlich ausgehalten. Aber Leute, in diesem einen Tag, ja, wo das Ohrgeräusch war, nachts und den Tag darauf, Neujahr, ich habe tatsächlich mir überlegt, so kannst du nicht weiterleben. So kannst du nicht weiterleben. Ich habe, ob ihr das glaubt oder nicht, mir ausgemalt, wie mein Leben so weitergehen kann. Du kannst nicht schlafen, du kannst dich nicht ausruhen. Ich habe wirklich gar nicht geschlafen, die ganze Nacht. Also wenn, dann mich mal so für ein paar Minuten eingenickt. Ich war so kaputt und so voller Sorge. Und dieses doofe Ohrgeräusch, tagsüber ja noch immer nicht ganz so schlimm, weil du ja um dich herum so viel wuseligen Kram hast. Aber wenn du mal eine Minute ruhig hast, das ist so unangenehm und so nervig. Also ich habe tatsächlich Gedanken gehabt, dass ich so ein Leben nicht führen möchte. Also schon am ersten Tag, ja. Und das ist ja wirklich erschreckend, denn ich bin ein sehr positiver Mensch und sehr mit mir im Reinen. Und ich hatte am zweiten Tag, ja, ich bin auch am zweiten Tag nicht zum Arzt. Denn soweit ich weiß, war das ein Sonntag. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich konnte auch am zweiten Tag nicht zum Arzt. Und bin dann am Montag gleich hin. Ich meine, das wäre ein Sonntag gewesen. Am dritten Tag hin zum Arzt. Und ich wusste natürlich, bin medizinisch sehr interessiert. Ich weiß natürlich, dass ich hätte in die Notaufnahme gewusst. Es hätte gleich eine Therapie eingeleitet werden müssen. Es wird dann meistens ein blutverdünnendes Medikament gegeben, damit der Durchfluss im Ohr, der Blutdurchfluss besser funktioniert, soweit ich weiß. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Und ich wusste das alles, aber man denkt ja doch nicht an sich. Der Quarz war so nervig und so schlimm, dass ich sogar solche Gedanken habe. Aber trotzdem bin ich nicht in die Notaufnahme. Also ihr könnt immer sehen. Naja, ich habe mich dann um die Family gekümmert, aber die Nacht war wieder wirklich richtig, richtig schlimm. Ich am Montag sofort hin und habe gesagt, das und das. Dann haben sie Hörtests gemacht. Sie haben natürlich ins Ohr geguckt, sie haben gereinigt. Ich musste einen Hörtest machen. Auch meiner war bei meinem Ohrenarzt einige Zeit schon her. Und das ist immer ganz gut, wenn man sowas schon mal in der Akte hat, weil dann weiß der Arzt, aha, diese und diese Schädigung war schon da. Ich habe auf meinem einen Ohr nur 70 Prozent Hörvermögen. Das hatte ich mal irgendwie in der Kindheit. Muss ich da mal irgendwas gehabt haben? Ich glaube, es war irgendeine Kinderkrankheit oder was. Und auf dem anderen habe ich, glaube ich, 90 Prozent gehabt oder 85. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann nach der Untersuchung hat sich aber herausgestellt, dass ich einen Hörsturz hatte. So, und diesen Hörsturz, der muss natürlich durch die Silvesternacht gewesen sein. Ich habe sofort blutverdünnende Medikamente bekommen, aber nicht per Infusion, sondern per Tablette. Ich habe auch gesagt, muss ich nicht eine Infusion haben. Und das wird nämlich öfters gemacht, soweit ich weiß. Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Nein, sagte sie. Ich bin da ja auch schon jahrelang in Behandlung. Ich bin Hausstaub mit einem Allergikerin und bin dort eigentlich immer einmal im Monat sowieso zur Untersuchung oder zur Hypersensibilisierung gewesen. Das heißt, ich bin da als Stammkast gewesen und die kennen mich natürlich. Und sie sagte, und ich habe natürlich auch Vertrauen gehabt zu denen. Und sie sagte, nein, das sei nicht nötig. Ich muss auch nicht ins Krankenhaus. Das würde mit Sicherheit weggehen. Also mit Sicherheit kann man es natürlich nie sagen. Es kann auch sein, dass er bleibt, aber sie hält das für unwahrscheinlich. Und dann musste ich die Tabletten nehmen. Ich glaube, ich habe noch mehr genommen. Ich habe noch ein paar andere Sachen genommen. Ist ja auch jetzt schon ewig hergefühlt. Dann ging das weg. Es war am ersten Tag schon besser, als ich die Medikamente eingenommen habe. Am zweiten wurde es noch besser, so fast schon weg. Und am dritten, irgendwann war das Geräusch auch weg. Und dann lebst du ja auch weiter. Du denkst ja, oh, du denkst ja gar nicht dran. Du nimmst das so als selbstverständlich, dass das jetzt auf einmal weg ist und gehst wieder in deinen Allkack über. Also der Mensch ist ja so undankbar. Naja, also das war ein Schlüsselerlebnis. Also ich gehe Silvester so gut wie nie mehr vor die Tür und versuche auch mir die Ohren so weit wie möglich zu teilen, wenn ich mal am Fenster stehe. Also Silvester, laute Geräusche, gerade türkische Hochzeiten und so sind für mich der reinste Horror. Manchmal musst du hin, kannst nichts machen. Klar, man kann sich irgendwas in die Ohren steppen, aber Silvester gehe ich auf jeden Fall nicht mehr raus. Das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Naja, und dann einige Jahre später, ich würde mal so sagen, vor zwei Jahren, nee, noch länger, vor fünf Jahren ungefähr, würde ich schätzen, hat auf meiner rechten Seite ist angefangen, Nachts, wenn ich auf dem Ohr lag, das pulsierende Geräusch, boom, boom. Ich höre meinen Pulsschlag, ja, richtig dumpf, relativ laut und ziemlich unangenehm. Ich, wieder hin zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, die hat gesagt, das kommt, oder der ist so eine Arztpraxis, ich habe da mehrere Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, was auch gut ist, weil du immer mal verschiedene Meinungen hast. Und die haben gesagt, das wird wahrscheinlich daher kommen, weil meine Ohrengänge, meine Hörgänge, meine Gehörgänge sind sehr, sehr dünn und sehr, sehr schmal und sehr, sehr verkröxelt, sehr verwegelt. Und die muss ich immer reinigen, ich muss eigentlich alle drei Monate zum Ohren reinigen, das haben sie mir schriftlich vorgeschrieben, mache ich aber nicht, weiß ich nicht, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, einmal, je nachdem, wie ich Bock habe. Und sie hat gesagt, das ist so derart verstopft und verklebt, ich muss öfter kommen, spätestens alle drei Monate und es liegt da dran, mit Sicherheit, wenn, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie das sauber macht, wird es besser werden, wenn nicht, muss ich nochmal wiederkommen, und dann kann man auch andere Gründe finden, die dafür in Frage kämen. Sie hat aber gleichzeitig auch, glaube ich, nochmal irgendwas, meinen Blutdruck gemessen oder höheren Indruck, irgendwas hat sie da noch gemacht, Ultraschall sowieso, weil ich habe auch Knoten im Hals, die hat sie auch nochmal alle angeguckt oder eher, ich weiß gar nicht mehr. Und es sind ja mehrere Ärzte, wie gesagt, ich wechsle da ja immer. Und ja, dann bin ich wieder nach Hause. Es hat nichts geholfen, ja, und dann habe ich entdeckt, hatte ich schon vorher natürlich entdeckt, dass, wenn ich schlafe und mir so eine Kuhle im Kissen baue, dass ich dann dieses Geräusch vermindert, bis gar nicht mehr höre. Also schlafe ich immer nur mit so einer Kuhle. Also ich baue mir das Kissen so, dass mein Ohr immer in dieser Kuhle liegt, also nicht platt auf dem Kissen liegt. Das ist ein Trick, den man vielleicht mal ausprobieren kann. Ob das jetzt auch beim richtigen Tinnitus hilft, möchte ich bezweifeln. Aber so habe ich dann einige Jahre überstanden, bis dann, vor einem Jahr ungefähr, würde ich sagen, oder vielleicht noch ein bisschen länger, ein pulsierender Tinnitus auch auf meinem anderen Ohrstand fand. Ich bin übrigens nicht mehr zum Arzt, weil ich habe auch im Internet ein bisschen geguckt, habe gesehen, ja, man kann da ein paar Therapien einleiten, man muss in die Röhre, ja, man muss das einmal abchecken lassen. Man kann auch da operieren. Das hatte er mir damals auch gesagt. Es gibt ein paar Dinge, die man ausschließen, gibt auch ein paar gefährliche Dinge, die dabei sind. Aber, ja, ihr kennt mich ja, das habe ich alles nicht gemacht. Ich kam mit meinem Ohr ja gut zurecht, so auf dem Kissen und tagsüber habe ich ihn gar nicht gehört. Ich habe den pulsierenden Tinnitus auf dem Ohr nicht am Tag gehört. Und dann kam etwas, was mich wieder in Sorge versetzt hat, nämlich auf der anderen Seite. Und da habe ich ihn sowohl, wenn ich drauf liege, gehört nachts und auch, wenn ich nichts mache, also tagsüber, ja. Ich brauche nicht liegen, ich brauche nicht irgendwas machen, Besonderes, ich höre dieses dumpfe Laut. Und bumm, bumm, genau so hört sich das an. Wirklich sehr, sehr unangenehm, ja. Wenn du arbeitest, ich arbeite sehr viel am Handy und am Laptop und das war wirklich richtig, richtig nervig. Ich bin dann wieder zum Arzt, habe meine Ohren wieder sauber machen, es hat nichts genutzt, wirklich gar nichts. Aber man gewöhnt sich ja auch an diese schrecklichen Dinge und so lebt man dann vor sich hin. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, es auszuprobieren mit Ohrstöpseln. Ich bin eigentlich durch Zufall draufgekommen, weil mein Mann schnarcht und ich konnte es nicht mehr aushalten. Dann habe ich mir Ohrstöpsel gekauft, mehrere. Es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt ja Ohrstöpsel aus Silikon und aus Wachs, so von Oropax. Mit den Silikondingern komme ich überhaupt nicht klar, weil die wupscheln da in meinen engen Gehörgängen, sind wirklich sehr eng und sehr schmal, wurschteln sich da zurecht, dass das mehr Geräusche macht als mein Ohrgeräusch. Ja, richtig furchtbar und auch wenn ich drauf liege, unmöglich. Die Dinger sind so groß. Klar, man kann sie zurechtstellen, da habe ich auch mit Angst, dass das da mir im Ohr stecken bleibt. Wenn ich sie nicht wieder rauskriege, mache ich nicht. Dann habe ich die Wachsdinger probiert von Oropax. Die sind auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Man kann sich so zurecht wummeln, wie man möchte. Und wenn sie schön warm sind, kannst du sie auch noch besser formen. Sie formen sich auch direkt an den Gehörgang an, weil sie eben wie Wachs sind in den Händen oder im Ohr. Und dann, wenn du drauf liegst, formt sich das genau so, wie du das brauchst für den Gehörgang. Erstmal höre ich meinen Mann nicht mehr schnarchen. Und zweitens habe ich gemerkt, wenn ich durch Zufall, wie gesagt, wenn ich das so zurecht friemeln und frummel, dass dann das Ohr nicht mehr ganz so laut bummert. Und wenn ich noch mehr Glück habe, das klappt nicht immer, aber es klappte immer besser. Wenn ich mir das so zurecht friemel, dass ich das Geräusch dann unter Umständen nicht mehr höre oder ich zumindest es so leise bekomme, dass ich einschlafen kann. Von der anderen Seite mal gar nicht zu sprechen. Das ist nach wie vor da, aber ich kriege das hin mit dem Kissen. Und manchmal höre ich es auch nicht mehr. Und inzwischen ist es sowieso sehr viel besser geworden. Warum? Da komme ich gleich drauf. So habe ich dann wieder einige Monate verbracht. Ich gehe ja immer wieder zum Ohrreinigen, wenn mir das mal irgendwann einfällt und ich wieder Sorge habe, mehr auch um meine Knoten ausmessen zu lassen. Und genau, dann lasse ich natürlich auch immer die Ohren reinigen, kriege ich immer Ärger, dass ich doch alle drei Monate komme, sondern das nicht mache. Aber auch dann, es wird ja nicht besser. Ja, die Ohrgeräusche sind weiterhin da. So, und dann bis vor einigen Wochen. Ihr erinnert euch, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, habe ich euch mitgenommen, als ich beim Hals-Nasen-Ohrenatz in Bad Oldesloh war. Ich hatte natürlich wieder gar keine Hoffnung, aber ich hatte in der Zwischenzeit hier bei uns auf dem Dorf, wo ich mich gerade wieder übrigens befinde, in Niedersachsen, in einem Waldstück. Übrigens ist das Waldstück nicht ganz so schön gerade gepflegt, aber trotzdem wunderschön und sehr schönes Wetter. Da bin ich in Bad Oldesloh zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, weil ich war lange nicht da und habe hier eine starke Ohrenentzündung gehabt vor ungefähr einem halben Jahr. Und das war so schlimm, dass ich den Notarzt rufen musste, weil ich hatte solche wahnsinnigen Ohrenschmerzen. Und bevor ich einen Notarzt rufe für mich selber, das dauert schon ein bisschen. Wie gesagt, ich habe gerufen. Er kam und hat gesagt, ja, es ist verstopft und hat mir dann Antibiotika verschrieben. Nee, er hat mir Ohrentropfen. Antibiotika hat er nicht für nötig gehalten. Er hat mir keine Ohrentropfen, sondern ich sage mal, hier, Tropfen verschrieben, die ich ins Ohr machen musste und dass das so ein bisschen aufweicht, das Ganze. Natürlich habe ich auch Nasentropfen verschrieben bekommen. Klar, Nasentropfen weiß ich, musste ich auch bei meinen Kindern immer geben. Wenn man Ohrenschmerzen hat, gibt man ja normalerweise, würde man denken, man gibt Ohrentropfen. Aber nein, man gibt Nasentropfen, damit eben die Nasen, das ist ja alles ein Weg. Also wenn man Ohrenschmerzen hat, wird den Kindern meistens Ohren-Nasentropfen verschrieben. Und mir hat er aber beides, damit sich das aufweicht. Denn er wollte es am nächsten Tag, so hatte ich in die Praxis, dass er das dann raussaugen kann. Das ist kein HNO gewesen, das ist ein Allgemeinmediziner gewesen, aber hat gesagt, er holt mir das raus, weil ich habe hier kein HNO, muss ich erst ein paar Dörfer weiterfahren. Natürlich bin ich nicht hin, kennt mich ja. Es wurde besser. Ich habe die Ohrentropfen und die Nasentropfen, volle Pulle rein. Und nach ein, zwei Tagen war es dann auch sehr viel besser. Und die Schmerzen waren schon am nächsten Tag weg. Also hatte ich es auch nicht für nötig gefunden. Aber dieses Ohrgeräusch weiterhin natürlich, überhaupt hat sich das gar nicht verbessert. Und so wie ich dann nach Bad Oldesloe kam, habe ich einen Termin bei HNO machen lassen von meiner Schwingertochter und bin da dann ungefähr einen Monat später auch hin. So, habe mir die Ohren sauber machen lassen, weil, das habe ich mir festgenommen, vorgenommen, wenn ich wieder in der Stadt bin, in der nächstgrößeren, lasse ich die sauber machen, weil ich war inzwischen bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr bei mir an und habe das nicht sauber machen lassen. Und ich habe ja extra Anweisungen bekommen, alle drei Monate musst du das sauber machen. Mein Arzt war richtig sauer letztes Mal, als ich da war in Hamburg. Naja, und habe ich machen lassen, aber so verstupft war das gar nicht, wie ich hätte angenommen. Aber er hat es mir richtig schön sauber gemacht. Wie gesagt, ich war das erste Mal bei dem HNO in Bad Oldesloe. Ich kann ihn nur empfehlen, für alle, die in Bad Oldesloe wohnen, geht dahin. Es gibt sowieso nur einen, also der ist wirklich sehr gut gewesen und hat mich sehr nett und freundlich schnell behandelt. Das hat auch ein bisschen wehgetan, aber danach, Leute, danach, danach wurde mein Tinnitus auf dieser Seite um 80 Prozent besser. Also ich höre ihn kaum noch, ja. Ab und zu mal, ja, wenn ich auf Toilette sitze und dann macht das noch, aber es hört doch wieder auf, ja. Es ist nicht so durchgängig und es ist nicht so nervig. Manchmal habe ich es auch nachts, auch auf der Seite noch ist es beides, beides sehr viel besser geworden. Hier würde ich sagen, so 50 Prozent besser und hier auf jeden Fall 80 Prozent. Und das ist doch mal eine ganz tolle Nachricht. Bis dato hatte ich dann immer versucht, mit den Ohrstöpseln mich über Wasser zu halten. Das hat auch manchmal geklappt, wurde aber in letzter Zeit wirklich gar nicht, hat gar nicht mehr funktioniert auf der Seite, wo ich das jetzt tagsüber auch immer hatte. Und tagsüber stöpst du dann natürlich auch keine Ohrstöpsel rein. Das machst du ja nur nachts, damit du schlafen kannst. Mein Lieben, das ist jetzt meine Geschichte gewesen mit dem pulsierenden Tinnitus. Wie gesagt, ich habe beides noch. Ich werde aber darauf achten, dass ich jetzt öfters zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt gehe und mir das reinigen lasse. Nächstes Mal, wenn ich in Bad Oldesloh bin, werde ich mir auch wieder einen Termin bei meinem Arzt dort machen. Wirklich jahrelang versucht bei meinem HNO in Hamburg, den ich jahrelang kenne. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sind wir da. 15, 20 Jahre, ich habe keine Ahnung. Und der eine hat zu mir gekriegt, aber es muss nicht am HNO liegen. Und es kann natürlich auch sein, dass irgendwie da jetzt irgendwas sich hat aufgelöst durch die Stöpsel, durch meine Hormone. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt sehr viel besser. Ich bin sehr froh darüber. Aber ich habe natürlich beides noch. Ja, es ist jetzt nicht weg, aber es ist aushaltbar und erträglich. Und das ist so meine Erfahrung mit dem pulsierenden Tinnitus und der durchgängige Tinnitus, dem bin ich zum Glück seit damals los. Und ich kann nur sagen, es gibt natürlich viele Tipps, dass man nie ruhig, dass es nie ruhig hat, dass man vielleicht so ein bisschen eine Geräuschquelle hat nachts. Aber immer ehrlich, also trotzdem, dieses Ding ist wirklich nervig. Ich habe auch Bekannte, die das haben und auch die gewöhnen sich einfach mit der Zeit dran. Ich glaube, mehr kann man auch nicht so machen. Klar, wenn man an der Straße wohnt, vielleicht Fenster auflassen, dass man die Straßengeräusche, die Umwelt hört, aber vielleicht so einen Wasserbrunnen laufen lassen macht. Da gibt es ja die tollsten Tipps und Tricks dafür. Aber man muss sich einfach wahrscheinlich dran gewöhnen an dieses doofe Geräusch, meine Lieben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.